Liebe Leserinnen von Graubünden heute, wir beschäftigen uns seit Monaten mit dem Thema Digitalisierung in dunklen Räumen, in engen Sitzungszimmern und reden in diesem Tourismus-Kreis, wie man die Digitalisierung auch umsetzen kann. Sei es Apps, sei es SEO, sei es neue Formen der Kommunikation, alles das wird die Zukunft für uns Touristiker wichtiger als alles andere, sagt man es. Aber seien wir auch ehrlich, es ist ein Instrument und Mittel zum Zweck, weil was wirklich wichtig ist und somit fühle ich mich heute in meinem Blog einmal kurz zu halten, ist doch einfach das. Mit diesen wunderbaren Bildern wünsche ich euch einen schönen Nachmittag hier aus Rosalenze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.